hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video ich zeige euch jetzt mal was ich alles so direkt von der schweiz geholt habe aus dem rewe das alles so schweizer produkte also die von der schweiz hergestellt sind oder die von dort kommen Toblerone ist dabei Schweizer Müsli ist dabei Kaffee Latte Kekse Oromaltina Müsli Bedarf ist dabei also alles was ich gefunden habe kommt direkt aus der schweiz Schweizer Müsli ist von Emmi Berna Rösti Swiss Delice ist auch von der schweiz dann habe ich einmal Ovo Maltine ist ein Schoko Kaba Getränk hergestellt in der schweiz Kaffee Latte von Emmi auch von der schweiz Kaffee Latte Kappuccino ist auch von der schweiz 100% natürlich Kaffee Latte die Deckel sehen auch immer alle unterschiedlich aus da ist ein Smiley drauf Kaffee Latte Espresso Kaffee Latte Nussli 100% natürlich dann habe ich auch einmal Käse gefunden das ist einmal der scharfe max der appenzeller mild und tockenburger also drei verschiedene käsesorten habe ich geholt und knapp zehn euro also hier ist käse drin drei verschiedene sorten an käse nicht schlecht dann habe ich einmal noch gefunden toplerone in schwarz toplerone in gelb auch von der schweiz saß der matterhorn mit drauf das ist weiße schokolade und dunkle schokolade